Molle, du Trimax hier. Wir zocken mit Mongas. Das ist fantastisch und macht Spaß. Ich wollte mal ganz kurz sagen, es macht echt Spaß mit euch, wie ruhig das hier ist. Wir können alle richtig gut miteinander diskutieren. Es ist einfach keine Redezeit. Hat gestern keinen gestört, als du nicht da warst. Jetzt geht's los. Ruhe. Kein Hallo, aber es ist kurz für eine Einladung. Fuck. Mit Revi. Der ist doch zu lost. Der ist schon wieder alleine. Das hasse ich. Das hasse ich. Das hasse ich. Ich hasse das. Wieder 1 gegen 8. Wieder 1 gegen 8. 1 gegen 8 zackt. Killing doch. Nee, nee. Das ist auch stark. Ich verschaffe mir erst ein Alibi, ich muss ihn am besten wiederfinden Blau hat weiß umgebracht, blau hat weiß umgebracht, hundertprozentig Warte, 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 wer hat gedrückt, Trimax, was los? Ich habe drei Tasks fertig, Zeit wieder zusammenzutun Okay, ich habe gesehen Ich tell die Story, okay? Okay, ich lasse ihn reden, ich lasse ihn reden Sorry, Rewe, ich will jetzt nicht deine Erste Nein, 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 nein Ich war links oben bei diesem aktivierten, wie man das nennt, bei diesem Penister Und hab mit Fabo desaktiviert Dann bin ich runtergelaufen und reingangen Security Ich dachte erst Fabo wäre irgendwie ein bisschen sus Bin da mit ihm reingegangen, wollte gerade runtergehen Und ich sehe nur, wie Rewe ist richtig wack Über Security in meiner Vision Einfach Fabo kill Einfach Fabo oder so richtig Und jetzt, und jetzt darf ich auch noch meine Seite darstellen Also, ich stand Security drin, das ist richtig Was ist passiert Kevin kommt rein, hat mich in der Ecke nicht gesehen Hat Fabo umgebracht und ist dann links in die Ecke in den Vent rein Als Trimax gerade gedrückt hat Und ich habe die ganze Zeit in diesem Monitor gehangen und geschaut, was passiert ist Okay, Kevin, sorry Äh, Frage an Danny Danny, du warst ja in O2 die ganze Zeit Hast du irgendwie Fabo oder Vini vorher schon gesehen? In O2? Du in der linken Seite Aus, du warst nicht oben, ich war unten Du warst unten die Dinger auffüllen Ja, die CEO, also ich war einmal Wasser auf hat leider nicht gesehen er kann irgendjemand für kevin voucher ich kann nur ich alleine dann ich kann man sagen ja das ist ja wenn ich dann halbe runde vorweiterung ist also da auf jeden fall kein tasse gemacht bro ich habe die ganze zeit das gemacht die ach so hast du da es soll ich bei weiters ja das kann ich aber wenn man wenden kann man als krummel seit neuestem kevin safe romat mit dem was unterwegs aber ich habe nur zu dritt unterwegs sind also ich habe das tabo und dreh wie und du warst auch eine lange zeit neben mir als ich bei weiters war und diese leben gecheckt habe das recht ist man also hätte ich auch easy killen können wenn ich das wäre dieses argument ist jetzt gerade noch außer gegen aussage lasst einfach sowohl kevin als auch die beiden fühle ich aber so kann es nicht sein der war das ganze game alleine bei mir also ich weiß wirklich jetzt haltet euch von revie fern ich habe mir doch den boot reindrückt eine minute mehr youtube konnte für dich kommen wie er mich aus das ist so lächerlich aber oder was needs ich 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 Ja ich bin mit Romatra gemeinsam am Anfang in Specimen reingegangen unten und ich habe zwei Tasks gehabt, ja nur einen, er ist schon vorgelaufen und dann sind wir bei Deacon oben getrennt worden, dann stehe ich alleine in den Deacon drin, die Tür geht auf, Trimax läuft rein und die Leiche liegt vor der Tür. Die Leiche lag nicht bei uns. Ganz kurz, ist Deacon diese Dusche? Ja. Hallo? Deacon ist oben bei Laboratory, oder? Genau. Die Leiche lag vor Sample. Max, was hast du gemacht? Ich fass es nicht, da lag keine Leiche im Labor. Wieso bist du dann zurückgelaufen? Ich bin die ganze, wenn ich da lag, ich war zu Specimen Room runter. Ja, ja, du bist sonst, aber warum, wenn du zu Specimen wirst? Ja. Okay, wenn du ein Task in Laboratory hast, dann ist es okay, dass du das Labor ist. Ich habe ein Labor gemacht und bin dann in Specimen Room gelaufen und dann kamst du mir entgegen. Warte mal, wo ist dieses Ding? War Emergency Meeting oder Leichen Report? Ja, die Leiche, genau vor uns. Guck mal, Revi versucht gerade so, Trimax zu saven. Ich fass so wenig zu saven, Digga, ich will wissen. Absolut, Digga, shut up. Also das Ding ist, sieben ist eigentlich stupid zu boxen, ich bin ziemlich sicher, dass es ist Trimax. Ey, Trimax voten. Max ist für mich relativ safe. Ey, Revi ist halt ein easy vote. Ich vote für mich. Bro, Kevin, keine Random Votes, hallo. Ja, Max, der Task, den du in Specimen Room gemacht hast, als du dich an die Kiste reingestellt hast, wo wir reingelaufen sind, was war das für ein Task? Was für Specimen, der war das Specimen? Äh, ich musste Blätter und Kristalle, so wie so ein fünfjähriges Kind da so einsortieren. Okay, Max ist für mich confirmed crewmate. Wenig, ich könnte auch... Was the fuck? Können wir, bevor du aus dem Bruder gerät, können wir einfach schnell Revi rausvoten? Aus welchem Grund? Es gibt doch nicht mal Proves dafür, Bro. Hast du mich bei sieben voten, weil der Kill war Veni jetzt ja anscheinend nicht, aber es ist ein Double Kill, oder? Was für Veni? Ja, es war kein Double Kill. Danny, Danny, also es lag nur die Leiche von Romantrotha und der ist halt vor mir gelaufen. Ja, ja, genau. Aber es ist ja noch einer gestorben, ja. War jemand in der Nähe von der Unruhung für die Kill, Bro? War jemand in der Nähe gerade von... Digga, Kevin, ich weiß nicht, warum du mich so ein Ficker hast. Wie schnell? Ich war in der Nähe von Reapers, äh, Reapers ist sehr lange im Endeffekt. Hätte Veni ihn töten können und reporten können? Ich kann es hundertprozentig nicht gewesen sein. Ich war mit Reapers die ganze Zeit unterwegs. Ich skipp. Ja, same. Danke, Mann. Als einfach so ein random vote, Digga, ich hasse dieses Game, Mann. What the fuck? Das ist so lächerlich, Alter. Bruder, lass doch mal einen Daumen nach oben da, wenn er die Folge gefallen hat. Guck mal, wir alle jetzt hier mit reingehen. Das ist so lächerlich, Digga. Don't fuck down. Primex, skipp das. Fotzen, Kevin, Junge. Okay, Digga. Moin. 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 Moin, Meister. Lass hier Dings direkt hinterher. Primex, bin Spice. Stopp, stopp, stopp. Ne, 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 ne. Das ist, das ist ja, was ist das denn für ne Taktik? Ne, ne, ne. Das weiß ich jetzt, Veni nicht, weil er jetzt das letzte Mal nicht mitgezockt hat, aber so, so Button und dann direkt hinterher rausvoten, das machen wir nicht. Voll assi. Dann mach halt Waiting Time ran. Was meinst du mit Waiting Time? Du kannst deine Zeit ran machen, dass man diskutiert, bevor man voten kann. Ach so, nein, 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 das meint er nicht. Ihr meint einfach, dass wir jetzt allgemein jetzt nicht einfach das wollten ohne Handfest... Also ohne... Ja, ich hab Handfestbeweise, er hat Romath rumgebracht und ist dann zu mir gelaufen. Direkt vor mir. Aber du könntest ja auch lügen quasi. Du könntest auch self-reporten. Ich halte's nicht für wahrscheinlich, ich glaub auch, dass es stimmt. Ja, aber wenn wir mit Revi gerade den richtigen Impostor gebracht haben... Veni stand neben mir. Er stand neben mir und hat reportet. Ich mein, ich fühl, was... Er kann ihn nicht getötet haben, der muss da tot gelegen haben. Du hast gerade, warte, 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 hast du gehört, was Trimax gerade gesagt hat? Und er hat gerade vorher gesagt, er war gar nicht bei mir, sondern er war ein Specimen. Nein, ich war auf dem Weg zu Specimen. Ich war im Labor auf dem Weg zu Specimen. Dann kamst du, bist du vorbeigelaufen. Dann kam Instagram der Report und hast gesagt, Trimax hat Romatra umgebracht. Und ich hab da keine Leiche gesehen und du konntest ihn auch nicht töten, weil ich hab die ganze Zeit, ich hab dich die ganze Zeit gesehen. Ah, Taskwind ist aber low. Taskwind ist aber low. Ich bin fertig. Zwei Leute? What the fuck? Ich muss noch ein, zwei Sachen machen, glaub ich. Ja, let's get it. Bo 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 bo. Mmut. Trivex ist mute. Wenn wir's nicht muted. Okay. Okay. Ja, wir wollten jetzt sowieso Try, wenn es nicht ist, dann gewinnen wir auch. Also, nur noch mal zur Erklärung, wir waren Office drin, dann sind wir rausgegangen aus dem Raum, ich bin oben rechts kurz abgebogen, dann war Reapers und Max alleine, ich bin zurückgegangen, dann habe ich gesehen, wie Max Reapers gekriegt hat. Ja, wir hätten es auch schon vorher, also, danke Miki, aber wir hätten es auch schon vorher machen können, Beni, aber das Ding ist halt so, dieses Flippen, wir traden one for one, das ist halt auf Dauer nicht so richtig gut für die Lobbys. Das war kein one for one, ich habe auf Trimax gewartet. Ja, aber ich meine, wenn es nicht so zwei läuft, Trimax hat gesagt, du warst, du hast gesagt, es war Trimax, da konnten wir keinem glauben und wir hätten ja auch einfach... Ich hatte schon wieder Rewi, ich hatte schon wieder Rewi als Mate, ich sage so, wieder eins gegen acht. Bro, aber ich habe im Gegensatz zu dir zwei Kills gemacht, Alter. Max, Digga, du hast wieder nichts, du läufst da rum wie so ein Idiot, Alter, mit gezücktem Messerschein. Ich habe es wieder geschafft, dass Caruso mich komplett verteidigt hat, weil ich am Anfang mit ihm zusammengelaufen bin. Das ist eine legitime Taktik, aber das ist heute auch eine ziemlich starke Crew von den Tars, die sind sauschnell fertig. Wirklich, also mit dir kann man das Spiel einfach nicht spielen, du bist so ein Hund. Ich bin nicht so schlimm wie Miki. Tut mir leid. Alles gut, Bro. Guter Run mit den Aufgaben. Wirst die falsche Weg zurück. Ist Tim Gabel schon wieder? Ich habe nur kurz gedrückt, weil ich war von der verschlossene Tür, Rewi ist mit der Herr gelaufen und dann habe ich gedacht, ich drücke schnell, bevor er mich tötet. Also, dann hätte ich doch durchziehen können, oder? Also, dann müsste es Rewi und ein Trimax sein, weil die sind leider sehr schlecht im Töten. Ja, Rewi, aber? Es sah so aus, als ob Rewi mich töten wollte, aber... Jetzt verbrände ich aber auch nach unten, weißt du? Ja, gut, ich verdächtige dich auch nicht. Ich sage nur, es war eine Situation, wo ich einfach nur schnell den Knopf drücken wollte, okay? Ich habe schon vier Tasks gemacht und ich hätte jetzt selber Emergency gedrückt. Ja, ich habe auch noch Tasks gemacht. Also, die Knopf... Ja, einfach skippen, einfach skippen. Das ist ja irgendwie noch niemand gestorben. Aber haltet Rewi im Auge, haltet Rewi im Auge. Ja, haltet mich besonders im Auge. Rewi müssen wir nicht im Auge behalten, ich war mal eben alleine. Rewi ist hier so ruhig gerade, der ist nicht so aus am Rasten. Das ist 100%. Ja, stimmt, stimmt, da wäre auch gut, wäre auch gut. Ich glaube auch, ich glaube auch. Ey, das stimmt, Simon, das stimmt. Jetzt haben wir schon so viele Aufgaben, wenn wir jetzt... Juck, ähm... Hier, guck mal, wurde mal sehen, wo man stirbt, hier stirbt man immer. Hier, dem Ding stirbt man immer. Ich bin irgendwie... Hm, überlebt. Ich stelle mich einfach vor die Kamera. Gut gespielt, jetzt sind wir wieder zu Zehnt. Oh, oh. Wer ist der Typ da unten? Ich habe voll Angst vor dem. Immer noch keiner tot? Oh mein Gott, das ist ja 100 Prozent. Ich glaube, ich habe gerade gesehen, dass Micky eine Tür zugemacht hat. Was? Das kannst du nicht sehen. Das kannst du nicht sehen. Das kannst du nicht sehen. Der stand halt auffällig, nicht an der Tür und hat sich... Ja, aber die Türen kann man auch am einen oder anderen Ranges aufmachen. Das sagt gar nichts. Wirklich. Nee, 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 ich weiß nicht. Niemand kann so ein Lost sein. Egal, jetzt macht eure Tasks und dann sind fertig. Junge, ich bin fast fertig mit meinen Aufgaben. Ich auch, Digga. Egal, wer auch immer jetzt Imposter ist, reden wir wahrscheinlich... Geile Runde. Lost. Es muss Schalbeck sein. Ich habe Navigation, Kabel verbunden. Ich war Cafeteria, musste Müll rausschmeißen. Ich war Admin, musste die Karte schieben. Musste nochmal Kabel verbinden. Eine letzte hatte ich noch. Nee, chill mal kurz, Max. Du warst mit mir vorhin Kabel machen, schon vor dem ersten Call. Ich habe zwei Kabel machen, ja. Okay. Nein, 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 nein. Du hast die Karte zweimal gerade... Das war ja... Er hat insgesamt die Aufgaben gefragt, die ich gemacht habe. Wenn ihr einen easy Crew win haben wollt. Bleib einfach mal bei Rewe und Tim Gabel, also Shiggy. Weil die anderen können niemals so langsam killen, als so tief. A Trimax vielleicht? Micky, das ist total lustig. A Trimax ist gar nicht. Ich würde dich als erstes killen, Micky. Für die Aussage alleine. Mit fett Disrespect, wenn du denkst, ich kill so langsam. Wenn Micky jetzt stirbt, dann bin ich es. Ja, halt die Shiggy und Rewe und Zeit. Ey, nächste Runde, wenn ich Imposter bin, ich kill dich sofort, Unge. Okay, so unfair. Dann hast du verraten. Nächste Runde, nicht diese, ne? Ich würde einen guten Task machen, das gewinnen wir. Ich habe Romatra gesehen. Wo? Wie er ihn gekillt hat. Ich habe mich hier gesehen. Ich habe ohne eine Aufgabe gemacht, das abgezogen, die Steine. Und zwar Romatra. Wie gesagt, ich glaube, dass Romatra ist. Ich unterstütze mich jetzt 100 Prozent. Ich mache diesen, Romatra macht immer diesen, immer diesen selben Play am Anfang. Ja, die Türen zu, ne? Ja, das war immer, immer, immer Romatra. Das ist ein smarter Play und das ist Romatra. Single-Jump. Was ist mit ihm? Ich hätte nicht gedacht, dass Romatra so lange ist. Ja, wir haben Rektor. Ja, wir haben Rektor. Wisst ihr, warum es auch zusätzlich noch Romatra ist? Wir waren zu viert rumgelaufen. Wir waren direkt aneinander. Und er hat im absoluten perfekten Timing die Tür zugemacht und hat zwei Leute getrennt. Das kann nur Romatra hier. Deswegen ist es Romatra. Ja, aber es muss ja irgendwann erst noch mitgekillt haben. Wer ist der andere? Wer ist der andere? Das ist die Frage. Wer war da? Wer war da? Wer war alles links? Wer war alles links? Oh mein Gott, ich habe es dem Gabel beschuldigt, aber er ist es nicht. Links bei Rektor waren Veni, habe ich gesehen, Trimax, Unge und Miki, glaube ich. Reapers war auch da. Ja, die waren alle da. Also, ich habe nur Revenzeit nicht da gesehen. Romatra, du bist raus, mach was bitte. Du bist tot, Romatra. Nee, was soll ich sagen? Es ist halt beschissen. Romatra, ich hätte es niemals gedacht. Er hat sich über die Sabotage verraten. Ich sage es euch, es macht mich auch so sauer, mit Revi Imposter zu sein. Was? 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 WTF? Es könnte aber auch ein 500 IQ-Move sein, dass er extra Revi schuldigt. Es ist halt gar nicht Revi. Das hätten die nicht so lange gebraucht, Bro. Save. Ich habe eben noch... Ich habe eben noch... Ich habe eben noch... Revi hat auch gesagt, er ist auch in... Wo machst du das gemacht? Alter, ich fasse es nicht. Oh mein Gott, wenn es ist... Er wird mich töten, ja? Ich muss jetzt hier einen perfekten Run machen. Ich darf nirgendwo fest sein. Das ist der perfekte Run. Hier liegt ein toter Mickey. Wo liegt ein toter Mickey? Äh, Shields. Und du warst es. Unge-Weni... Unge-Weni waren Electrical. Ja. Ich war Reaktor. Trimax macht seine Task. Das ist Revi. Ich war gerade vor der Tür vor Electrical. Ich war gerade vor der Tür vor Electrical. Und wollte scheiß Reaktor fixen. Äh, das ist alles falsch. Revi ist mir eine Minute lange hinterher gerannt. Aber weil ich viel besser um die Kurven komme... Weil ich besser als er um die Kurven komme, konnte ich ihn da wegrennen. Ich muss eine Sache sagen. Ich muss eine Sache sagen. Wenn es wirklich Revi ist, finde ich es von Romatra fies. Ich finde es von Romatra fies. Wenn Romatra sich irgendwas gesagt hätte, Alter. Das ist halt der Anfang. Du bist mir durch... Du bist mir von Cafeteria über Navigation runter zu Schiels. Nur hinterher gesprintet. Ich muss eine Sache sagen. Romatra sind die Spins. Ich wort mich selber raus. Das ist so ein dummer Move von Romatra, Alter. Romatra war echt fies. Romatra, das ist fies. Aber ich muss eine Sache sagen. Am Anfang von dieser Runde, ne, habe ich darüber philosophiert, wo wir alle leise waren. Da rede ich mal mit mir selber. Da habe ich gesagt, boah, das Schlimmste, was einem passieren könnte, das Schlimmste, was einem passieren könnte, ist mit Revi zusammen Imposter zu sein. War ich heute schon. War schrecklich. 2 Minuten, darüber geredet. Und dann passiert genau das. Ich glaube, das ist auch schwierig. Ich habe 3 Tipp gemacht, ohne dass es jemand gecheckt hat. Romatra hat es einfach nicht. Sonst wäre jetzt passiert. Das war aber wirklich traurig. Muss man sagen, es war fies. Fünf Tage disqualifiziert. Ich finde es fies, mit Revi in Poster zu werden. Nein. Romatra, du spielst einfach nicht mehr mit, fertig. Ey, um die Scheiß. Also ich dachte, ich bin schlecht, aber Revi, was hast du da gemacht? Du hast überhaupt nicht, du weißt nicht, man wird Kabel verbindet, du Fahrblick. Einfach Revi verkauft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, ich genieße gerade diese semi-toxische Atmosphäre. Boah, jetzt also, ich weiß gar nicht, was darfst du sagen. Semi gefällt mir dabei. Wieso, 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 wieso läufst du mit mir zusammen rum, Revi? Das macht gar keinen Sinn, wenn die zwei Postle-Kollegen die ganz hoch sind. Ey, du Idiot, Digga. Do this呢? Und dann hit mich auf,